Hi Leute, Paxcom hier, ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X-Train-Konflikt und es geht weiter mit der wilden Reise hier. So, der ist jetzt versorgt. Okay, und du brauchst natürlich wieder einen neuen Kollegen. So, gucken wir mal an die Nachrichten rein. Versorger, okay. Discoverer, Frachter. Mein Mammut, du brauchst zwei komplexe Bauteilsätze. Ach, das ist der Assium-Ort? Ich werde, dass wir ein bisschen wegfliegen hier. Guck, wo ist denn jetzt der komplexe Bauteilsatz? Ah, hier. Guck, wo ist denn jetzt der Koffer? 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 Eingehende Nachricht. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Kein Ziel. Kommando akzeptiert. Die Argon-Discoverer ist im Vergleich zu den anderen Schiffen der argonischen Flotte relativ neu. Okay. Das Kontrollzentrum eines Komplexes regelt die Energie- und Warenverteilung innerhalb einer solchen großen Produktionsanlage. Außerdem beherbergt sie eine Kommandozentrale sowie die Andockmöglichkeiten für ankommende Frachter. Naja gut. Hat zwar jetzt immer mal ein paar Schnecken zu wenig, aber es macht nichts. Demontage läuft. Schiffe. Du bist jetzt Heimat. Ziel. Ach du fliegst jetzt nach Hause. Okay. Ach du hast die Kampfdrohung gekauft. Äh. Moskito-Raketen. Ah da bin ich ja mal gespannt. Ob das klappt. Wieso bist du nicht umbenannt? Kommando akzeptiert. Jetzt. Kommando akzeptiert. Was kaufe, wache, Kampfdrohung. Er steht hier bis zu versorgen, all ihre Aktivitäten besichert. Aha. Fünf Stück reichen dir wohl nicht. Na gut. Okay. Der kauft Kampfdrohung. Kommando akzeptiert. Kommando akzeptiert. Okay. Was machen denn die Händler? Oh, herzlichen Glückwunsch. Kommando akzeptiert. Was macht denn jetzt hier grüne Schuppe? Nee, der andere, der sollte doch nach grünem Schuppe fliegen. Ach, das ist der hier. Okay. Jupiter, okay. Du bleibst. Also irgendwie. Na gut, okay. Ihr macht das mal schön weiter. Okay. So. Speichern. Schiffe im Besitz. Du? Aha. Du kaufst jetzt wahrscheinlich Mikroschips. Okay. Und wie sieht das hier aus? Ach, Energiezellen hast du jetzt schon ein paar bekommen. Sehr schön. So. Ach, Energiezellen hast du jetzt genug. So. Na, das stellen wir dann alles irgendwann selber her. Aber noch nicht. Okay. Okay. Gut, dann. Habe ich noch ein bisschen Geld? Guck mal, habe Aufträge noch offen? Nee. Dann brauche ich... Dann kann ich eigentlich schon nochmal ein Bofu-Chimila-Bowell kaufen. Königsthal. Okay. Ihr habt ja alle keine Fracht mehr, ey. Achso, okay. Du solltest ja hier was übernehmen von dem. Okay, dann fliegst du jetzt erst mal. Nee, warte mal. Mach das erst mal hier weiter. Das war die sieben jetzt. Fracht. Nix. Oh Gott. Neun. Du hast ja viel dabei. Energiezellen. Okay, dann folgst du jetzt. Aktionärs gewinnen. Aktionärs gewinnen. Kommando akzeptiert. Okay. Achso, was ist denn bei den beiden Jokaros? Was ist denn bei den beiden Jokaros? Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Energiezellen. Du fliegst nach Köln. Königsthal. Dann kaufst du noch ein Buch von Chimielabor. Dann können wir da nämlich einen Haken dran machen. So, dann brauche ich erst mal wieder ein bisschen Geld, um da noch ein paar Dinge hinzubauen. Wenigstens erst mal die Grundstock. Aber das wird schon teuer. 14 Erzmine L. 22 Kristallfabriken L. Ei, 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 ei. Da brauche ich denn die Sonnenkraftwerke. Da brauche ich ja schon. Zehn Stück von den großen, das sind ja schon 220. Ach du Scheiße. Na gut. Ähm. Dann werden wir beim nächsten Mal, muss man mal gucken. Ich will ja noch andere Fabriken Brutto bauen, die mir auch Geld bringen. Okay. Dann gucken wir mal. Hier läuft alles. Du brauchst Geld. Du brauchst Geld. Geld überwiesen. Okay. Jetzt. Speichern. Und. Aufträge suchen. Wo war ich denn lange nicht? Turm da Finanzen. Uh, Kack, Cluster. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50, kommando akzeptiert. Dann machen wir das mal. Erreiche System. Turm der Finanzen. Oh, eine Baumission. Was für ein Zufall. Oh. Hihi. Hallo. Eingehende Nachricht. Warnung. Energielevel niedrig. Was ist das jetzt hier? Was ist das jetzt hier? So, kann ich bald mal mit dem Kommunizieren? So, kann ich bald mal mit dem Kommunizieren gehen. Kommando akzeptiert. Ähm, habe ich da eigentlich Geschütztürme mit eingeplant? Bei meinem... Das muss ich dann mal gucken. Sie sprechen mit dem... Die von Ihnen geförderten Informationen. Autopilot aktiviert. Habe ich eigentlich Geschütztürme mit eingeplant? Ja, habe ich. Das ist gut. So. Okay. Noch eine Nachricht kam. Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher, die im gesamten bekannten Universum verwendet werden. Autopilot, das kann dort der Typ einkaufen. Okay. 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 so dass raumkraut graben was willst du kaufen Tlertianien Gieserei M muss ich die Preise ne die kann ich gar nicht einstellen die Preise oder doch die habe ich jetzt alle auf Original gelassen na das ist egal 25 20 mit chips und so kontrollieren die möglichkeiten die reichen gewinn kraft und so ist wohl groß kraft Bomber. Kammerjäger, bereit. Autopilot aktiviert. Im Namen des Vorsitzenden CO, das Teladion bedienen ist für Ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großen Flächen anbauen. Als Belohnung erhalten Sie 500 Credits. Vespa-Rakete hat sich selbst zerstört. Kark, Scout. Bauen Sie... Ach, das ist ja wieder die Herse. Paraniden... Raketenfabrik Hornisse. Raketenfabrik Hornisse. Hornisse. Paraniden. Gibt es in Paranid Prime. Docke an. Oder die dritte Erlösung. Ach, gehen wir zu Paranid Prime. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Wie viel Fracht habe ich denn jetzt noch? Ja, noch ein bisschen habe ich noch. Gut. So, dann gucken wir nochmal hier hin. Zum Kollegen. Ach, da ist immer noch dort. Kaufe Ware, Teladion. Der Mistral ist der Frachter der Otas. Er stellt die logistische Passung. Ja, das ist der Schnelle. Das ist gut. Da brauche ich, glaube ich, nicht noch einen Einstell. Das schafft er alleine. Das dürfte der alleine packen. Jetzt warte ich, bis der Elefant andockt, weil jetzt muss ich eh hier in dem Sektor bauen. Obwohl, ich kann ja nebenbei. Turm der Finanzen soll das gebaut werden. Turm der Finanzen. Sprungantrieb wird geladen. Kann ich schon das Buch für Schimierlabor aufbauen. Da kann ich mal meinen Zettel hier weg tun. 10% 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung. Erreiche System Profitminen. Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Hauptquartiere werden von dem all agierenden Unternehmen errichtet. Was brauche ich? Ronisse. Was 2,9 Millionen kostet das Ding. Ach, 4,5 gibt es. Und das soll? Turm der Finanzen. Turm der Finanzen. Kommando akzeptiert. So. Will jemand befördert werden? Jawohl. Es geht das Untergang. Kommando akzeptiert. Dann bist du aber jetzt der 0,31. Wie hieß denn der jetzt? Ach. Der 0,1. Der 0,1. Dann kann ich mal hier in der Nischtswacht 3. Dann wird die 0,3. Dann fliegst du nach Kärzersuntergang. Kommando akzeptiert. Kommando akzeptiert. Okay. Turm der Finanzen. Autopilot aktiviert. Autopilot aktiviert. Dann bin ich auf. Erreiche System. Turm der Finanzen. Ja. Das war das. So, müsste auch erledigt sein. So. So, kann ich meinen schlauen Zettel erstmal wieder wegtun. Ja, ich habe hier eine Station hingebaut, aber das erkennst du ja nicht an. Dann hat er genau 200 Teladjanium gekauft. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Kommando akzeptiert. Ein paar Energiezellen. So. So. Noch nicht? Mal sehen was du schönes habt. So. Um meine anderen Komplexe zu planen. So. 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 guck mal hier. So. 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 Und der. 1,4 Mikkel und I. the same thing które? See the aparethy they can to view see there. Ugh. The scan. Der hat sogar Schilder drinnen. Ein Megachoschle. Ja, ja, ist abgelaufen. Freisch ist die abgelaufen. Da steht die blöde Station. Weg damit. Aha, du kaufst auch Energiezellen. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich den Typen hier fit. Das habe ich schon zigmal gemacht. Da wisst ihr, wie das geht. Und ich melde mich dann wieder, wenn ich in Xatia starte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.